Das ist der YouTuber Daniele Rizzo. Seine Spezialität sind Interviews mit Stars aus aktuellen Kinofilmen, für die er sich immer einen ganz besonderen Dreh ausdenkt. Ich gucke mir die Filme an, manchmal nur den Trailer, manchmal kenne ich die Filme, wenn es Superheldenfilme sind. Und dann drehe ich das meistens um. Ich suche mir Charaktere aus, die theoretisch in der Welt des Films stattfinden können. Und für mich ist ja der Film immer Realität. Ja, und so entsteht dann meistens eine lustige, selbst kreierte Figur. Und das sieht dann etwa so aus. Mit dieser ungewöhnlichen Art des Interviews gelingt es ihm meistens sehr schnell, das Eis zu brechen und Sympathie bei seinem Gegenüber zu erzeugen, was dann zu ziemlich lustigen Gesprächen führt. Kindergarten. Ja, genau. Und die Hebrühe-School. Ja. Ich kenne die Verte. Ja, die Verte. Die Verte?